Ja, hallo? Erst war ich nur ein krasser Typ und dann ein krasser Typ mit Kräften. Laut den Berichten, die mein Redakteur und ich erhielten, steckt das DOP hinter der Verbreitung des Conduit-Gens in den letzten fünf bis sechs Jahren. Ich glaube, dass sie herausgefunden haben, warum die Conduits zurückkehren und einen Weg fanden, es zu fangen und für ihre Zwecke zu nutzen. Daher sieht man heute so viele DOP-Conduits. Etwas Unkontrollierbares erschaffen und es dann kontrollieren wollen. Klingt nach dem DOP. Ich rette Ihren Redakteur. Keine Sorge. Nelson, hauen Sie ab! Man hat mich reingelegt! Das ist eine Falle! Ach, wirklich? Nö, wenig schrecklich! Die Dämonie ist weg. 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 Die Dämonie ist weg.